Hallo, mein Name ist Nadine Huber. Ich bin Fleischereifahrtverkäuferin. Sie wollen 60 Gramm, Sie kriegen 60 Gramm. Wenn ich... Ich hatte echt eine Hose drin. Das ist das Beste, was mir echt passiert ist. Das ist schon anstrengend. Und knackig. Aber ich könnte es nicht mehr holen. Ich brauche das.